Herzlich Willkommen Leute, hier ist euer Sebastian von den Gamer Neighbors mit deiner weiteren Folge Black Ops 3 Multiplayer. So, und wir spielen, oder ich spiele besser gesagt Ground War. Ich hab mir die Shiva eingepackt, wo ich schon eine schöne Tarnung drauf habe aus dem Zombie-Modus, denn ich habe mit ihr die tausend Zombie-Kills durch. So, mein Aim ist gerade echt ein bisschen eingefroren, meine Finger sind eiskalt, weswegen ich das Gefühl habe, dass ich hier gerade ein bisschen steif zu Gange bin. Und die Shiva ist jetzt keine, also erwartet jetzt hier nicht bitte Ryan Rushen von mir, ich spiele mit der Shiva, das ist eine schöne Fernkampfwaffe, mit der man aus schöner Range selbst Sniper-Konkurrenz machen kann. Und wie ihr seht, bin ich sogar schon Prestige, eins im Level 36 da auch schon wieder. Es lief in letzter Zeit ziemlich gut bei mir, hab viel privat mit dem Max zusammengespielt, bis wegen da so viel schönes, ähm, lief. Und Headshot! Ja, von zwei Seiten jetzt, oder was, oder hat der jetzt nur da hoch geämmt? Ah ne, von zwei Seiten, okay. Okay! Dann versuchen wir doch mal hier ein bisschen was in den Angriff zu gehen, denn mein Team, ja, scheint mehr zu sucken als alles andere. Denn wir werden hier so krass dominiert und überrannt. Da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Ja, keine Chance. Ah, mein Elm! Ja, ach komm schon! Jetzt sag's aber nicht an meinem Aim. Die ist mir so behindert ständig ausgewichen. Jetzt rushen die ja schon durch unsere Mitte durch. Finde ich auf jeden Fall nice. Der war böse. Der war richtig böse, die Leute. Ah, shit! Mann! Da hinten nicht natürlich einer. So, gucken wir mal, was wir so schnickes vielleicht herholen können. Komm schon. Nice. Cool. Ah, ne, hier werde ich das noch nicht rufen. Wie schnell man hier weggesprayt wird! Und wo meine Teamkameraden wieder sind. Immerhin haben wir die Mitte noch. So, weg. So, weg. Ah, ich... Das sind vier Leute! Oh, leck mich fett, ey! So, haben wir gesäubert. Alles klar, Geist benutze ich gleich wie nächste Runde. Auch wenn ich mir sicher bin, dass das eh so weggehauen wird. So, der wollte irgendwas. So. Oh mein Gott! Weil ich hier geblockt werde! Und dann von da oben hinten! Danke, Teamkameraden! Für euren geilen Block! Fuck! Oh! Angry Shit hier, Leute! Komm schon, wo kommen die jetzt hier? Ich hab jetzt keine Lust, hier rauszurennen. Oh, fick dich doch! Wieso suckt mein Aim so hart? Ja, und Iris geht so ab! Oh, mein verfickter fucking Fuck-Gott! Vom verfickten... Ah, ich hab keinen Raketenwerfer hier drinnen. Vergesst die ganze Zeit. Aber wir wollen überholen mit den Punkten. Ja, Leute, da spricht leider mein absoluter Ehrgeiz aus mir. Wir verlieren bravo. Wie das? Oh, das war knapp. 16 zu 9 geht auf jeden Fall noch klar, Leute. Mal gucken, was mein Geist eventuell gleich noch regelt. Oh, was macht er denn da, ey, hier? Und weg! Diese Waffe, Leute, ne? Diese Waffe. Oh, meine scheiß eingefrorenen Finger, ey! Geist im Bereitschaft. Ja, komm. Gucken wir mal, wie schnell er gleich runtergeholt ist, ey. Schnell noch ein paar Punkte holen. Ja, er geht da oben lang. Oh, mein Gott! Entschuldigung, Leute. Aber sowas, ne? Warum wohl? Weil sie unbedingt vor mir rumstehen müssen. Ich stand zuerst da und hab auf den Geschacht. Nein! Ich stelle mich vor meinem Teamkameraden. Fick dich! Wir verlieren B. Will mein Geist nix töten? Ah, endlich. Ah. Oh! Oh, shit! Was hier abgegangen ist! Fick die Henne! Leute! Leute! Das war vom Feinsten! Alter! Ja! So muss das laufen hier. So muss das laufen. Na, ne Drohne. Besser als nix. Drohne-Missions-Zeit bei 50%. Puh! Drohne nähert sich. Drohne zerstört. Wir verlieren B. Bereit für eine Hele. Zerrat ausgeschaltet. Energie-Level bei 50%. Puh! Kommando. Drohne benötigt. Outrider neutralisiert. Nein! Da hinten stand noch einer mit einer Sniper. Drohne-Missions-Zeit bei 50%. Irgendwann konnte ich die auch alle nicht mehr wegholen. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Irgendwie gefällt mir das nicht. Über rechts. Feindliche Drohne gesichtet. Okay, scheint aber trotzdem irgendwie halbwegs sauber zu sein. Die Beton lag auf halbwegs. Feindliche Drohne nähert sich. Ah, shit! Kommt schon, Team Kamerados. Das müssen wir auch jetzt hier mal packen. So. Ah. Drohne nähert sich. Granate! Der Deal würde ich nicht tauschen wollen. Nein, kein Raketenwerfer für dich. Die Drohne steht bereit. Vorräte erwarten Befehle. Konter Drohne in der Reichschaft. Granate! Die Sensoren erfassen, dass sie ist. Konter Drohne verstört. Die Drohne treibt noch eine Drohne abgeschlossen. Wow! Was zum... Was zum Geier! Ich hab grad echt hier nichts mehr mitbekommen. Wow! MVP! Komm, schneid doch die letzten Vorräte. Oh, 40-14, Leute. Und das mit der Shiva. Shiva OP. Hater! Raus damit! Haha! Hater! Alter, was geht hier ab? Ja, egal. Hater rausgauen gewonnen, Leute. 40-14, ey. Ich hab gerockt das Haus. Alter, war das geiler Scheiß, ey. Das war das, wo ich hinten bei Demon Spawn drin war. Das ist richtig... Best of the Play. Best Play Shit, ey. Oh, Leute. Die Shiva. Naja, das war auf jeden Fall eine richtig geile Runde, ey. Ich hoffe, die habt ihr euch, so wie die immer alle sagen, bei Kopf-Tutig gegönnt. Äh, und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein, bei mir, den Sebastian von den Gamer Neighbors, zu einer weiteren Folge Black Ops 3 Multiplayer. Haut rein, Leute!